Es ist endlich soweit. Die Job-Challenge fängt an und ich bin heute bei meinem ersten Unternehmen. Bei ACM steht für Aircraft Cabin Modification in Memmingen. Hier dreht sich alles um das Interior von Flugzeugen und deshalb teste ich den Beruf des Luftfahrtingenieurs. Das ist ein Beruf, den hatte ich so nach nie auf dem Radar, ganz einfach, weil mein technisches Verständnis eher gering ist, aber er weiß. Vielleicht entdecke ich hier ungeahnte Talente. Nach einer kurzen Einführung in das Unternehmen und wer dahinter steckt, geht es für mich direkt los in die Produktionshallen. Dort lerne ich einiges darüber, wie aus einer Zeichnung tatsächlich ein Produkt wird. Und um zu verstehen, wie so eine Zeichnung entsteht, setze ich mich mit der Ingenieurin zusammen. Hier lerne ich den tatsächlichen Beruf des Luftfahrtingenieurs kennen und schaue mir an, wie so eine Zeichnung in 3D gezeichnet wird. Und dann bin auch ich an der Reihe und soll allein einen Teppich in ein 3D-Programm einzeichnen. Puh, das war wohl irgendwie einfacher. Naja, vielleicht hilft im Kreis drehen. Aber zum Ende schaffe ich es dann doch. Eindeutig ein ganz schön individueller, komplexer Teppich. Sieht gut aus, oder? Dann endlich darf ich das machen, was ich viel besser kann. Ein Leder bemalen, ausschneiden, Handschuhe an, zurechtschneiden und die ganz großen Maschinen betätigen. Und dann war es das auch schon wieder. Meine Zeit für ACM ist leider vorbei und damit auch meine Zeit als Luftfahrtingenieur. Der Job hat so viel Spaß gemacht. Es ist wirklich unglaublich. Aber schade, dass mein Verständnis von Physik und Mathe so gering ist. Ansonsten könnte ich hier, glaube ich, wirklich was reißen. Naja, ich mache mich auch zum nächsten Job. Vielleicht kann ich meine Talente hier besser einsetzen. Bis dahin, macht's gut. Für mich geht's jetzt weiter nach Innenstadt zu Autoactive. Wenn ihr dabei sein wollt, na, dann schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dann.